Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Modulator Parsec 8 oder Parsec 8. Das ist ein Parameter-Sequencer, bei dem jeder der maximal 8 Schritte als Modulationsquelle benutzt werden kann. Wie das geht, zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe mal hier zwei Beispiele vorbereitet, wie das sein kann. Ich drücke jetzt einfach mal einen Akkord und lasse das hier mal laufen. So, und das zweite Beispiel ist das hier. So, das würde mal als Beispiel reichen. So, und jetzt habe ich hier einfach mal einen ganz normalen Polysynth mit ein bisschen Delay 2 und Reverb reingeladen. So klingt der. Und jetzt lade ich hier in die Modulationsleiste den Parsec 8 rein. So, der Parsec 8 präsentiert sich erstmal wie so ein Spielewürfel, allerdings mit 8 Punkten hier. Und mit den Punkten, die kann ich anklicken und kann dann sofort irgendwas modulieren, was ich möchte. So, wenn ich den hier jetzt aufklicke, dann kriege ich hier quasi die einzelnen Schritte der 8 Sequenzmöglichkeiten oder der 8 Schritte. Kriege ich hier angezeigt. Und ja, was ich damit jetzt alles machen kann, das erkläre ich jetzt einfach mal so nacheinander Schritt für Schritt. So, und zwar hier oben habe ich ja die Nummerierung. Da kann ich draufklicken und dann kann ich quasi die Modulation und die Ziele, die ich modulieren will, kann ich hier quasi deaktivieren. Das heißt, der Ton spielt weiterhin, macht aber bei dem Schritt, der macht nichts, der will nur spielen. So, und bei allen anderen Schritten eben auch. Wenn die aus sind, dann werden die Modulationen nicht ausgeführt, die ich definiere. Dann habe ich hier drunter so ein kleines Symbol. Das ist standardmäßig an und ich kann das ausmachen. Dann ist das so bräunlich und wenn ich das hier so anlasse, ist das so grau. Also aus ist braun, an ist grau. Könnte man vielleicht lieber rot als ausnehmen oder so. Das ist ein bisschen deutlicher. Und das bedeutet einfach nur, wenn ich hier jetzt etwas definiere, zum Beispiel, ich gehe jetzt hier rüber und sage jetzt hier, der Filter soll mir ein Stückchen aufgehen. Und wenn ich das jetzt abspiele und dann muss ich mal auf Node Restart und dann machen wir das ein bisschen langsamer, war eigentlich mein Ziel. So, und wenn ich jetzt eine Note drücke, dann fängt er von vorne an. Und ich mache vielleicht den, dass das ein bisschen auffälliger ist. So, und dann passiert folgendes. Ich drücke die Note. Ich sollte vielleicht eine Note drücken. Und man hört, der Filter geht auf, wie ich das hier moduliert habe. Und danach geht der Filter wieder in Ausgangsposition zurück. Und das kann ich verhindern, wenn ich das hier anklicke. Dann geht er erst da zurück, wo ich das wieder anschalte. Das heißt, er hält, das steht ja auch hier, er hält die vorangegangene Modulation einfach aufrecht, wenn ich bei dem Schritt nicht etwas an dieser Modulation verändere. Also wenn ich jetzt bei der 2 einfach sage, okay, ich gehe jetzt einfach hier nochmal ein bisschen tiefer, dann passiert folgendes. Dann führt er die zweite Modulation aus, die ich hier definiert habe. So, und das kann ich halt bei allen anderen auch machen. So, dann habe ich hier so einen Balken. Und das ist ein bipolarer Balken. Den kann ich hoch und runter ziehen, plus 1 und minus 1. Und kann dann eben meine Modulation hier einfach nochmal ein bisschen stärker, schwächer machen, wie auch immer. Oder ich kann eben auch diesen Balken selbst modulieren mit einem LFO oder irgendwas anderem. So, darunter habe ich dann die Modulationspfeile, wo ich draufklicken kann, sagen kann, okay, was will ich modulieren. Und das kann ich auch hier direkt machen. Ich muss nicht extra den Parsec aufmachen. Wenn ich zum Beispiel weiß, hey, okay, bei Schritt 4 möchte ich jetzt irgendwie zum Beispiel ein neues reinnehmen. Und dann habe ich einfach bei Schritt 4 Neues. Das hört man jetzt nicht so sonderlich gut, weil es sollte vielleicht auch hier. So. Das kann ich dann einfach so direkt machen. Darunter habe ich dann noch die Definition. Hier 8 Steps, also maximal kann ich 8 Steps definieren. Wenn ich mit der Maus draufklicke links, kann ich das runterziehen und kann aber sagen, okay, ich will gar nicht so viele Steps haben. Oder ich mache einen Steuerung-Klick da rein, sage ich will 4 Steps haben, Eingabe und Enter. Und dann habe ich meine 4 Steps oder halt wieder 8 Steps. Rechts daneben habe ich dann die Phasenmodulation. Das kann ich zum Beispiel sagen, hier ist, wenn ich eine Taste jetzt drücke, weil ich hier unten auf Node Restart gestellt habe, fängt das hier vorne an. Mit der Phasenmodulation kann ich sagen, da fängt zum Beispiel beim zweiten an. Oder beim dritten. Also ich verschiebe die Anfangsphase einfach nach hinten. Ich kann einfach bestimmen, jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke. Oder je nachdem, was ich da unten eingestellt habe, wenn das jetzt mit Transport ist, fängt es immer am Taktanfang damit an. Könnte ich zum Beispiel einfach sagen, okay, ich fange jetzt nicht bei der 1 an, sondern bei der 2, bei der 3, bei der 4 oder wie auch immer. So, nach der Phase gibt es hier einen Smooth-Parameter. Und der Smooth-Parameter macht so etwas Ähnliches mit dem Signal wie der Gleit bei einem normalen Ton. Wenn ich den jetzt kurz hier deaktiviere. Das heißt, wenn ich von einem Ton auf den nächsten hier gehe, er klingt der erste und dann der zweite Ton. Wenn ich den Gleit hier hoch schiebe, dann gleitet der von einem Ton zum nächsten hoch. Oder wieder auch runter. Und entsprechend macht auch dieser Smooth-Parameter genau das. Das heißt, er versucht von den Modulationen von einem Schritt zum nächsten, so einen weicheren Übergang zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das hier habe und auf dem zweiten habe ich zum Beispiel ein neues und da gehe ich jetzt ein bisschen runter. So, dann habe ich einen relativ harten Übergang. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich mache jetzt mal eine halbe Note, damit das alles ein bisschen langsamer läuft. So, das heißt, ich habe hier von dem auf dem, habe ich halt sofort mit umgeschalten. Jetzt mache ich den Smooth-Parameter hoch. Hat noch nicht gereicht. Da hört man, wie die so langsam rein gefadet werden. Vielleicht sieht man das auch hier schön genau. So, wenn ich den wieder runter mache, wird das so reingeknallt. Und da kann ich einfach so weichere Übergänge schaffen. Rechts daneben habe ich dann wie so ein Transportfeld da noch. Das heißt, standardmäßig ist dieser Pfeil nach rechts aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Not Restart eine Taste drücke, dann fängt er hier links an und läuft nach rechts rüber. Dann kann ich sagen, er soll Ping-Pong laufen. Das heißt, er fängt hier an. So, jetzt machen wir das Ganze wieder schneller. Sonst müssen wir Ewigkeiten warten. Und macht dann ständig diese Hin- und Her-Bewegung. Die Hin- und Her-Bewegung macht er auch nur deshalb, weil ich hier den Loop-Parameter, oder dass der, der ist standardmäßig angeklickt. Wenn ich den nicht angeklickt habe, macht er diese Bewegung einmal, diese Ping-Pong-Bewegung, weil ich diese Pfeil nach links, Pfeil nach rechts angeklickt habe. Wenn ich jetzt den Standard habe, nur nach rechts, und habe den Loop nicht an, dann läuft er nur einmal nach rechts, wenn ich eine Taste gedrückt habe oder eine Note gespielt habe, und das war's. Und natürlich kann ich das auch nach links machen. Dann fängt er halt, beziehungsweise von rechts nach links, auch mit dem Ping-Pong wieder. Und natürlich auch mit dem Loop wieder. So, standardmäßig ist nach, von links nach rechts eingestellt, mit Loop ohne Ping-Pong. So, und ich habe natürlich schon hier unten wild rumgeklickt, aber das kennt ihr vielleicht auch schon von den anderen Modulatoren, oder auch von den Operatoren, eher von den Modulatoren. Und zwar hier Transport, wird mit dem Play, Stop und so weiter ausgeführt. Mit dem Groove, das ist bei der Wiedergabe das Groove-Menü. Wenn hier Groove aktiviert ist, dann reagiert das auch auf das Groove. Dann gibt es Node-Restart, was ich die ganze Zeit benutzt habe, wenn ich eine Note drücke. Das Freerunning, da läuft es halt einfach ohne, läuft halt irgendwann mal los, und läuft halt dann auf seine eigene, mit seiner eigenen Abfolge, allerdings auch immer in der Geschwindigkeit der DAW. Also in dem Fall wären das jetzt 110 BPM. Dann Node-Random, denn wenn ich eine Taste drücke, fängt er irgendwo an, in dieser Sequenz anzuspielen, jedes Mal eventuell eine andere. Und Node-Advanced bedeutet einfach nur, wenn ich eine Note drücke, springt er quasi immer einen Schritt weiter. immer bei der nächsten Note. Ich habe gerade gesprungen, weil ich eine zweite Taste noch dazu gedrückt habe. So, und wenn ich hier Transport anklicke, dann kann ich hier noch eine Geschwindigkeit angeben, und hier kann ich zum Beispiel noch sagen, in Herz, in Kilohertz pro Takt, also pro Bar, oder halt irgendwas dazwischen. Hier unten auch noch nach Pitch, und Hold Rate of Zero zum Beispiel. So, und an der Stelle kann ich einfach noch sagen, wie viel dieser Modulator generell überhaupt modulieren soll. Und das geht von plus 100 auf minus 100, und dazwischen ist die 0. Das heißt, wenn ich das hier anklicke, bin ich ganz auf der Null, dann passiert gar nichts. Und wenn ich den hoch schiebe, ja, das war jetzt auch, ich müsste auch Note Restart machen, entschuldige. So, dann muss ich hier auf 0 runter, dann passiert nichts. Und sobald ich das halt, wenn ich auf Standard plus 100 setze, macht er die Modulation, und natürlich, wenn ich den Wert dann in den Minusbereich rüberziehe, macht er alles so ein bisschen verkehrt rum, wenn es denn geht. Also wenn es denn geht ist, wenn der Parameter hier schon auf 0 ist, dann kann er den ja nicht noch tiefer ziehen. So, und jetzt kann man anfangen, alles hier wild miteinander zu modulieren. Dann machen wir einfach mal ordentlich Unison Voices rein. Zack, und hier machen wir das an und noch ein bisschen Sub. So, ich habe den jetzt hier auf Minus gedreht, da passiert nicht viel. Da sieht man, wie er das alles durchmoduliert. Zum Beispiel. Und was ich vorhin noch erzählt habe, ich kann hier zum Beispiel einfach ein LFO zum Beispiel nehmen und sagen, der LFO, der soll mir zum Beispiel beim siebten aber den noch ein bisschen Ja, doch machen wir den schnell, einfach mal. Oder nehmen wir gleich nochmal Kilohertz, dass der so richtig durchdreht. So, und dann macht der, die 7 macht hier verrückt. Dann können wir die einfach, was machen wir da, mal den Pitch dreht das Ding völlig am Ort. Hätte ich vielleicht nicht die 7 nehmen sollen. Ja, man hört es nur so ein bisschen, weil er dann doch massiv zu schnell ist. Ja, vielleicht mal hört es. Jetzt hat man es gut gehört. So kann man da kann man halt alles Mögliche mit dem Parsec machen. Wie gesagt, die Kombination oder nicht wie gesagt, aber die Kombination zwischen den Modulatoren macht es halt auch die Komplexität aus. Und da kann man richtig viel schöne Sachen machen. Vielleicht baue ich einfach demnächst mal so ein paar. Mal gucken. Macht auf jeden Fall riesig Spaß. So, das war es an der Stelle mit dem Tutorial. Ging mal wieder ein bisschen länger, aber ich dachte, ich nehme mir jetzt einfach noch eine Zeit und gehe da mal so einzeln durch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, kommentiert schön unter den Videos. Das freut mich immer, wenn sich jemand meldet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020